Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sind heute hier am 15. Oktober zusammen mit dem Marc Hagenbeck und ich bin de Sashi. Und ja, was haben wir für ein Geburtstagskind heute am 15. Oktober? Heute haben wir den Chris de Bourgh. Chris de Bourgh ist am 15. Oktober 1948 geboren worden. Richtig geile Musik, der Chris. Kannst du komplett in die Tonne kloppen, wenn du so ein bisschen was von Heavy Metal verstehst. Lady in Red, unvergessen. Ja, super. Aber am 15. Oktober 1963 tritt auch Konrad Adenauer, zeig mal den Conny. Konrad Adenauer tritt von seinem Amt als Bundeskanzler zurück und übergibt Ludwig Erhard. Da guckst du blöd, ne? Da guckst du blöd, ne? Das war am 15. Oktober 1963, aber wir haben heute auch noch ein Fakt des Tages. Ja, ja, Fakt des Tages. Fakt des Tages! Und das Fakt des Tages ist, auch Pflanzen können Fieber bekommen. Können auch krank sein. Hohe Temperatur. Hohe Temperatur. Weiß nicht, was macht man da? Wadenwickeln scheinen ja wohl aus, ne? Wadenwickeln nicht, aber Stielwickeln vielleicht. Stielwickeln vielleicht. Kann sein, ja. Wer weiß, ja. Das war heute Daily am 15. Oktober. Wir hoffen, dass wir euch heute ein bisschen wieder ein paar Fakten gegeben haben. Angeber wissen, dass ihr das raus in der Welt tragen könnt. Und morgen sehen wir uns wieder am 16. Oktober. Und ich freue mich bis jetzt eigentlich riesig. Vor allem deswegen, weil morgen ja da Marc nicht dabei ist. Glück gehabt. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi. Tschüssi.